Jedes Holzbauprojekt in der Bundesrepublik ist aktiver Klimaschutz. Ganz ein wichtiges Thema, Stichwort graue Energie. Herstellung der Baustoffe ist ein ganz entscheidendes Thema für die Zukunft im Thema CO2-Ausstoß und klimaneutrales Bauen. Sehr viel. Jedes Holzbauprojekt in der Bundesrepublik ist aktiver Klimaschutz. Indem, dass wir miteinander nach Lösungen suchen. Die Regierung und der Mittelstand. Indem, dass wir Lösungen finden und die wir es ja auch bereits haben, dass wir die Zukunft des Wohnens standardisiert umsetzen. Die Zukunft des Wohnens klimaneutral, energieeffizient gestalten.